Ich bin drauf, ja, hier ist der Promi-Produzent. Ja, frohes Neues erstmal an alle da draußen. Thriller Cop, mit mir als Hauptdarsteller. Es ist immer was anderes als die Sachen im Fernsehen. Das ist sehr real, natürlich. Wir haben auch Zombies dabei und mich natürlich als Hauptdarsteller. Es werden viele andere weitere tolle Darsteller dabei sein. Ihr könnt euch auch hier bewerben über Facebook etc. Ich lade das jetzt gleich hoch. Und ich freue mich auf euch. Bis dann, euer Promi-Produzent. Bis dann, euer Promi-Produzent.